Heute haben wir noch einen neuen Schnellfuß nach. Alles. Wie versprochen geht es jetzt mit dem ersten Modovlog von unserer kleinen Deutschlandreise los. Wir sind in Bremerhaven mit dem Motulbus. Wir haben noch beim Kumpel gepennt, die Bikes sind am Start. Niko ist natürlich auch da. Haben wir eben schon gesehen. Nur jetzt geht es auf der GoPro weiter. Bikes komplett legal. Hier mit Kennzeichenbeleuchtung, Reflektor, zweiter Spiegel. Bei Niko natürlich auch die legendären Spiegel am Start. Oh, ich weiß noch gar nicht, wie das mit Sprit aussieht. Ich guck mal gerade bei mir. Oh, bei mir ist so Hälfte, würde ich sagen. Junge, gerade los, direkt dreimal Motorrad. Ja, bei mir ist auch ganz gut Hälfte. Also ich würde schon gerne tanken eigentlich. Guck mal, jetzt geht es ins Mix. Das hört sich noch gut an, da brauchen wir noch hin. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie die, also das Video ist ja dann schon längst online. Aber die Hot Rod Tour, das kleine Türchen. Ich glaube das war mega, mega lustig. Wo ich Knossis Auto geklaut habe. Und jetzt geht es ja auch im September mit Knossi und Dena auf die kleine Hot Rod Tour. Das wird, glaube ich, auch sehr wild werden. Hö, Digga, es heißt einfach Fickmühlen. Ah, ja. Auf nach Fickmühlen. Komm, die haben eine Tanke. Komm, hier kommt, hier gibt es keine Tankstellen. Das sehe ich doch. Mal hier einen Fragen. Komm, wir halten jetzt mal hier den Mann. Ja, ne, der mit dem Fahren ist schlecht. Ich stehe und atme. Ich frage jetzt. Ist mir egal. Fragen. Oder erstmal abwürgen. Ja, ja. Entschuldigung. Kurze Frage. Wo gibt es hier eine Tankstelle? Äh. Hier. Weil da was da ist. Ja, was mehr? Super. Das war's. Ja. Super. Dankeschön. Oh, mit einer Haft. Mit einer Haft, ne? Ui. Digga. Ah, hier ist einer. Ich weiß. 2. Ultimate wird jetzt gezapft. Ist das hier so tanken, Kartenzahlen, Dingerns? Ne. Bei mir könnte nichts raus, doch. Ja, du musst ja auch erst deine Karte da reinstecken. Wo? Hier hinten an dem Automaten. Laber nicht. Ja. Oh, dann lass mal mit einem Tank, bitte. Dann dauert es jetzt 10 Jahre. Ja, können wir auch machen. Hier ist das, hier ist das, hier ist das, hier ist das. Digga, da ist das. Oh, was tun da, Patrick? Wuuuh. Da ist er wieder. Da war unser Kollege. Junge, sein Hinterrad eiert voll. Guck mal. Boah, Alter, Junge, gleich Wetter. Wir fahren rüber. Junge, ihr habt einfach keinen Lager mehr hinten. Alter, es ist ein Eier. Okay, er guckt uns. Er zeigt mit so einem Stab um uns. Was will er? Guck mal, das Schild. Das ist auch nagelneu. Ich wette, es wird jede Woche geklaut. Alter, ist echt so. Alles klar. Was denken die Leute sich jetzt, Digga? Was machen die hier mit dem Moppen? Dann steht das auch noch vor dem Ortseinger-Schild. Oh, der Ort heißt Fickmühlen? Okay, so viel zum Thema Fickmühlen. Wir fahren jetzt auf jeden Fall weiter in die nächste Ortschaft. Die heißt Vögel. Also irgendwas stimmt im Norden nicht, glaube ich. Wo wohnen sie denn eigentlich? Wohin darf ich einen Vertrag schreiben? 50493 Fickmühlen. Das ist doch schon. Tja, es endet das Nichts und nichts fängt an. Die Ortschaft heißt Ortschaft. Junge, was ist hier los? Wo wohnen sie denn? Ja, in der Ortschaft. Ne, wo sie wohnen. Vorgesichtsfahrt. Hier ist auf jeden Fall gemachte Wiese. Das Green. Normale Ortschaftsschilder. Flögel in Richtung Fickmühlen. Da hinten gibt es Ortsschilder. Dann ist da so nichts durchgestrichen und nichts fängt an. Was ist denn mit Hasi los? Ich fand nicht. Da stand doch was von Waldweg. Ja, cooler Waldweg auf jeden Fall. Oh, und abgewürscht. Was wäre der Käse? Hä? Seit wann heißt das denn jetzt? Bad? Badumskirchen Käse. Ich verstehe nur Badum. Bad Käse mäß. Ich verstehe nur noch Käse. Bad Käse säsen. Bad Sossen. Bad Sossen. Bad Bitches säsen. Ja, hier links. Hallo. Sie haben wenigstens mal geguckt. Vielleicht war's. Komm, wir fahren hier hin. Wir kommen nicht von hier. Wo geht's vom Strand? Ja, lass mal machen. Komm. Machste? Ja, komm. Du wheelst da hin und sagst, ja, sorry, wir sind nicht von hier. Ja? Alles klar, dann los. Wie geht's da wirklich Strand? Hier sind ja eher leer. Ja. Erstmal richtige Cringe-Situation. Ja, das muss auch Cringe sein. Jetzt wheelie, wheelie. Echt? So, wo ist die halbe Stelle halt? Wo ist die denn? Ah, hier. Sie sind despawned. Mühle ist abschlepp mit Fickmühlen. Ah, nee. Wenn ich die schon wieder sehe, dann krieg ich schlechte Laune, du. Ich würd schon sagen, wir haben schon einen coolen Abgang gemacht da gerade. Wir sind 80 Grad durch. 60 Grad Wasser. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Schönes Ding. Okay, und weiter. Okay, fahren wir. Guck mal hier, guck mal hier. Hier, ey, komm mit, komm mit. Hallo. Camping. Beach. Beach Volleyball. Ach, das sind ja nur Typen. Hi. He, he. Nickt mir einmal zu, ich nick zurück, machen wheelie. Tschüss. Guten Tag. So, links oder rechts? Lass rechts. Links rechts schwächer, oder? Nein, das war so, lass links. Okay, dann war ich rechts. Lass hier rechts. Zu so einem Windmühlen-Ding. So, jetzt kann man hier auch ein paar Donuts machen. Nicht zu erzählen. Das ist eigentlich voll die perfekte Donutfläche hier. Mal anfedern. Kannst mal bitte nicht hier... Jetzt wirds gähnt. Junge, da ist ein richtiges Loch gewesen. Ja, ich hab's gesehen. Aber vorne ist es. Ja. Rückwärts. Digger. Kriegst du hin? Ja, so. Und jetzt so? Nein, das machen wir nicht. Okay, normal. Drei, go! Klar! Dann machen wir noch schnell auf, was ne?